Ich würde etwas zu dem Bispel sagen, ich nehme jetzt mal an, das ist schon Teil deiner halbstündigen Rede, die du wirst haben. Das wird zu 100% ein Teil davon sein, neben dem wir den Erfahrungsbericht zeigen, was sind die Resultate, was sind das Positive, das Negative, die kritischen Punkte, aber natürlich auch die Vorteile daraus. Das kann man schon voraussagen, dass das bei beiden bestätigt ist. Aber wenn man zurückblickt, wo wir teilgenommen haben, sind die zwei Projekte, die wir heute präsentieren, noch gar nicht existent gewesen. Da hat man viele andere Sachen gedacht. Ich glaube, in einem Video habe ich mal gesagt, wenn alle Strecken reisen, brauchen wir das für uns selber, für irgendwelche internen Faktoren oder Daten darzustellen. Aber es ist schneller gegangen mit Projekten, die Sinn gemacht haben. Das wird sicher auch Teil von diesem Bericht sein, dass wir kurz sehen, wo wir das angewendet haben.